Hallo, hier ist der Christoph von Schnauzach und Hünftig und ich möchte euch mal wieder ein Messer vorstellen und zwar von Carl Julius Herberts aus der Diamond Lime. Das Messer kommt in einen schönen Holzkasten, wunderbar verarbeitet. Es ist ein kleines Sammlermesser. Die Klinge ist aus ATS 34, ist 67 mm lang, 3 mm dick und hat einen Hohlschlitz. Die Griffschalen bestehen aus Thuja mit Edelstahlbacken und Türkiseinlagen. Die Platinen sind aus Messing und das Messer ist wunderbar verarbeitet. Es hat hier eine Daumenauflage, die nicht zu scharf ist, aber auch nicht zu schwach und das Messer sicher hält, den Daumen auf dem Messer sicher hält. Es hat eine Backlook-Arretierung und ist klasse verarbeitet. Die Klinge liegt genau mittig, wirklich ein feines Teil. Ich habe dieses Messer schon einige Jahre und es wird in dieser Ausführung nicht mehr gebaut. Ein wunderschönes Teil. Jo, eins meiner Lieblingsmesser. Ein wunderbares, gefälliges, aus hochwertigen Materialien hergestelltes, kleines, feines Taschenmesser. Jo, das wäre es schon wieder gewesen. Bis zum nächsten Mal. Der Christoph. Tschüss.